Lieber YouTube-Freund, wenn du dieses Video gestartet hast, um herauszufinden, wie man aus dem ersten Raum herauskommt, dann guck bitte dort drüben in der Leiste, ob du ein Video findest, was es dir vielleicht zeigen wird. Denn dieses hier zeigt es dir nicht. Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin Jagger und ich spiele das mit euch oder für euch, wie es aussieht. Und ihr, ihr drückt auf Abonnieren, damit ihr weitere Folgen und völlig andere Spiele nicht verpasst. Los geht's. Das hier ist Telekinetic und vom gleichen Hersteller wie Remain. Ich verlinke das mal unten oder oben. Nee, schafft YouTube das nicht gerade ab? Ich weiß es nicht. Ich versuche es irgendwie mal zu verlinken. Das war ein ziemliches Kackspiel, glaube ich. Aber egal. Left-Maus-Button ist Use Telekinesis Drop Item. Right-Maus-Button, Poke Item. Das ist eklig halt. Kann ja noch nichts. Woah. Alter. Woah. Echt Maus hast du? Poken. Kann ich spätpoken? Nee. Hallo Radio. Ich möchte, dass du deine... Ach. Ey. Die da draußen haben gesagt, sie wollen jetzt was von Taylor Swift hören. Geht nicht. Ach, war hier eine Scheibe... Ich hab nichts gekriegt. So, das Radio liegt jetzt an der Ecke oder was? Jetzt hab ich das Licht ausgemacht. Hier geht's durch, man. Cool. Cool. Tisch. Das mit dem Licht macht mich wahnsinnig. Gut, was sehen wir denn jetzt hier irgendwo? Was ist denn da hin? Auf die Schaltkreise? Es wackelt jetzt ganz schön. Stuhl. Komm mal hoch, Stuhl. Komm mal hoch, Stuhl. Nee, so nicht. Leg dich mal da ab jetzt. Hm. Ich kann auch nicht springen. Boah. Ich hab's... Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Hä? Also, Freunde. Ähm. Hä? Wo kommt denn das jetzt her? Da war grad'n riesen... Habt ihr das gesehen? Und jetzt? Ich raff's nicht. Kann ich da mit die Scheibe zerdeppern? Ach so, wartet mal. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Die Lichtverhältnisse? Komm hoch. Warum wird das denn so dunkel in der Ecke? Ich steh doch nicht komplett vor der Lampe, Mann. So. Hoch und... Durchschießen. Das hat gut geklappt. Was hab ich jetzt? Die Box. Jetzt kannst du hier reinkommen. Ich hab doch grad mit dem Stuhl die Scheibe kaputt gemacht, oder? Oder hab ich das nicht gemacht? Hm. Hä? Ich schiefe jetzt alles... ... nur kaputt. Hier. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir leid. Ich... ... bin zu doof. Also hier hab ich mit jemandem gekämpft. Ich hab hier scheinbar... Gucken wir uns mal die Hand genauer an. Ich kann da draußen gegenstehen rumboxen. Hier ist jetzt... Hier ist jetzt... Ich hab keine... Was hab ich jetzt genommen? Das seh ich nicht. Oh Gott, die Lichtverhältnisse machen mich wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Ist das die Anleitung, die mir sagt, wie ich hier rauskomme? Ich hab hier... Ich hab hier... ... aber Tisch ist zu groß. Bett ist zu groß. Springen ist nicht... Springen ist nicht... ... Crouchen ist nicht. Usen schon mal gar nicht. Der Stuhl ist draußen. Ist nichts mehr jetzt. Ich kann nicht mal da hoch springen. Ich hab alles nach rechts gekickt, was hier war. Ähm... Naja, Continue ist jetzt nicht so... Lampe. Ne. Also, Continue bringt keine Lösung. Quit. Maximaler Geschmack. Zero Zucker. So, nochmal ganz langsam. Fallen lassen. Guck mal, er passt hier nicht durch. Das heißt... Ach, ich weiß nicht, ob der jetzt links und rechts einfach nur hängen bleibt. Naja, scheint halt eine Scheibe zu sein. Und so... ... poke ich recht im Auslasser. Den hole ich da nicht. Ach, guck mal. Ne, doch noch nicht. Hm. Was Radius noch hier? Der Stuhl steht da. Okay, warte mal. Ich lasse mal den Würfel auf die Steuerkonsole fallen. Ne. Die da hinten? Ne, das geht nicht. Okay, das war ein cooler Schuss. Hm. Das scheint es aber nicht zu sein. Nein, Mann. Hier geht nichts kaputt. Hier geht nichts kaputt. Hier geht nichts kaputt. Hier geht nichts kaputt. Ich verstehe jetzt nicht. Das tut mir so leid. Ich würde so gerne... Ich würde so gerne mit euch dieses Spiel spielen. Guck mal her. Warte mal, was ist denn jetzt los? Wo ist es denn hin? Hä? Wo ist das Radio hin? Hier. Warte mal poken. Nicht erschreckt. Hier links. Der ist festgepackt. Ich weiß es nicht. Lieber YouTube-Freund. Wenn du dieses Video gestartet hast, um herauszufinden, wie man aus dem ersten Raum herauskommt, dann guck bitte dort drüben in der Leiste, ob du ein Video findest, was es dir vielleicht zeigen wird. Denn dieses hier zeigt es dir nicht. Des Weiteren möchte ich allerhöflichst und freundlichst darum bitten, dass ihr auf den Abonnieren-Knopf klickt. Lasst den mal richtig brennen. Denn zum einen, so sagte man mir, wirkt man dadurch richtig... Ach Quatsch mit sowas, Mann. Man wirkt halt hübscher und Penisverlängerung und die Pickel gehen weg und so weiter und so fort. Ich abonniere mich jeden Tag selbst und die Pickel gehen kein bisschen weg. Dieses Spiel hat das gleiche geschafft wie Remain vom gleichen Entwickler damals. Nämlich es kommt als komplett verbuggt oder aber irgendwie nicht ganz funktionierend auf den Markt. Ich warte aufs nächste Update und schaue mal durch die Foren und suche selbst mit euch gemeinsam rechts nach einem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry. Tschüss. Oder was? Scheiße hier. Hier geht wirklich nichts. Hier geht wirklich nichts. Ich weiß es nicht.